wir kommen zurück passt alles gut aus so das haben wir jetzt bald geschafft er springt immer wieder hin und her sie wählen aus ich mach den rest klingt gut sie wählen aus ich mach den rest auf der kugel steht dein name aber wir haben es bald hat den level abbekommen nein hat er nicht was jetzt commander was ist das flack fregatte die machen das schon irgendwann irgendwie so dann bauen wir hier ein ding auf dauert ja auch lang genug und dann die handel orbitaler handel abgeschlossen wie auch immer handel handel halt na ja sie wählen aus ich mach den rest könnt ihr das nicht töten das schiff das muss doch richtig schaden so schilder sind schon mal weg da so viele einschläge es muss doch richtig knallen ja schaut euch das an wie viel schaden das schiff fast gestorben noch einmal noch einmal und dann ist es weg erwarte befehle übermittlung empfangen aber bald strukturelle integrität geht runter das ist ganz gut so ungefähr und dann halt jetzt auf gold warten geld rohstoffe credits wer überlebt das sogar vielleicht noch ja aber wahrscheinlich eher nicht alliierte verstärkung ist eingetroffen will auch gar nicht wissen wie gut die gegner getecht haben ist eingetroffen so was ist immer schwierig so ein bisschen geld handelseinkommensrate 3,0 plus 2 sind 6,0 mit der zeit lohnt sich das dann nämlich schon das blöde schilder raketen freuen sich nicht selbst ab bombastaffeln meldet bereitschaft haut drauf ich kann hier wieder dinger bauen ja das muss man so verbündete truppen werden angegriffen schon dreht er wieder eine verbündete flotte ist eingetroffen haben sie was für mich verstanden was ist das jetzt kopfgeld hat sich erhöht ja das ist immer so das kann ich mir gerade auch nicht anders irgendwie weg spachteln das bleibt halt jetzt erstmal noch erlebt der planet ganz knapp aber nicht mehr lange bauwerk komplett das ist doch schön ja gut wenn wir jetzt hier zu zweit den orangenen töten und wäre das natürlich gut ist eingetroffen wo ist das ziel feuer bereit forschung abgeschlossen ich glaube ich kann das sogar noch mal zweifach ha das wäre natürlich auch nice so hier greift es an die ganzen raketen fregatten hier der schiff muss doch jetzt kaputt gehen ja jetzt stirbt es die nächste salve müsste es töten nicht schlecht das waren stufe 7 schiff zerstört ist gut ok und dann der hauptplanet eines verbündeten wurde zerstört ja können wir keine verstärkung mehr von ihm erwarten aber wir zerstören auch hier was das ist dann eben oder halbwegs eben genau und die handels posten bringen auch 2,6 pro sekunde ist nicht schlecht bisher eine verbündete flotte ist eingetroffen ja wird schon werden wir haben schon ein kitzeln im abzug hier die ganze raketen sprengköpfe verbündete truppen werden angegriffen da lebt bald nix mehr hier nein ist nicht die erde sieht nur erd ähnlich aus aber das ist es nicht die verbündete flotte ist eingetroffen ok hätte er sein können weiß man vielleicht hätte ich dem verbündeten helfen sollen aber auf lange sicht gesehen ist es glaube ich lieber jetzt den orangenen auch zu töten und dann hat der gelbe halt nur noch hier das ding und das war es aber besser als nix den rest müssen wir halt mal sehen so ja ja doch haben wir hier zwei zwei basen mit voll ausgerüstetem handels zeugs und das bringt dann gut geld hier schauts mal 7,8 durch handels posten ist nicht schlecht ein alliiertes großkampfschiff wurde zerstört na gut denn der türkise steht eigentlich ganz gut da der planet unserer alliierten steht unter belagerung eine verbündete flotte ist eingetroffen ich werde aber glaube ich wirklich erst den orangenen tötend das ist obwohl vielleicht sollte man hier ein statement setzen wenn der ganz stirbt ist er halt weg na aber da werde ich nicht mehr rechtzeitig hinkommen ne ne wir müssen spieler traden das wird nicht anders gehen hilft nix der zerstörer hilft das ist nice sehr nice sogar verbündete truppen werden angegriffen eine verbündete flotte ist eingetroffen da wollen wir unser geld und ein paar kristalle so strukturelle integrität müsste jetzt gleich auf null sinken und dann so weiter gehts da feindkultur zu stark vorerst ja das braucht ein bisschen aber das wird schon hingehen so und vielleicht verkaufen wir noch das na passt schon zusätzliche credits benötigt zusätzliche credits benötigt zusätzliche credits benötigt ja 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 die haben wir gleich das sind meine credits ne ganz easy erwarte befehle bald haben wir es bald hört die kultur auf vor zu herrschen und dann wird das schon werden eine verbündete flotte ist eingetroffen ja das weiß ich nicht ob so gut ist wenn der jetzt hier rüber land das würde ich als riskant einstufen als sehr riskant ups tatsächlich piraten sind unterwegs ja der gelbe ist toast der macht das nimmer lang eine neue kolonie wurde gegründet so ein alliiertes großkampfschiff wurde zerstört da können wir doch gleich mal bauen orbitale veredelung ich habe noch keine orbitale veredelung das ist ja schlimm so ein handelsposten bitte ja militärlabor kommt als nächstes und eine zivile Einrichtung auch wo ist das ziel nicht genügend ressourcen ja das ist eine alliierte kolonie ist verloren eine verbündete flotte ist eingetroffen ha interessant ich dachte da geht mehr ja gut dann bauen wir jetzt da oben ist auch in ordnung erstmal ist es nicht so wichtig hauptsache ich kann geld scheffeln das ist tatsächlich wichtig ja einen handelsposten würde ich hier trotzdem noch gerne bauen danke eine verbündete flotte ist eingetroffen bereit loszuschlagen so hier kann ich wieder was bauen explosiver schuss der ist halt sehr stark waffenschaden hüllenpunkte ich mag antimaterie muss ich ganz ehrlich sagen der planet unserer alliierten steht unter belagerung streuschuss panzerung naja ok machen wir die waffe noch ein bisschen höher wir haben schon ein kitzeln im abflugsfinger wir brauchen ein ziel so so ah da zieht er sich zurück ja das ist wahrscheinlich klug werden sternbasen nicht auch verbessert ja dann sollte ich das hier jetzt auch langsamer forschen Falls es wirklich zu kämpfen kommt Macht das absolut Sinn Und dann bald die strukturelle Integrität erhöhen Und natürlich die zivile Infrastruktur Die muss ich auch hochballern Da ist schon eine Menge zu tun hier Muss ich ganz ehrlich sagen Reparatur werft Die Fabrikationsfregatte ist verletzt So, irgendwo dorthin Ja und hier der Orangene, der verliert halt Der wird besiegt und gut ist Jetzt geht es um die Wurst Es geht um die Wurst Wurscht geht es jetzt Um die Wurschte So, dahin Und dann wie gesagt, weiter Handelsposten Die Handelsposten müssen mir richtig Geld machen Machen auch die Hälfte meines Einkommens aus Bisher, das ist schon sehr wichtig Ja, hab ich schon Alliierte Verstärkung ist eingetroffen Noch mehr Titan brauche ich auch nicht Ich meine, könnte ich brauchen wollen Aber Okay, der wird nichts bauen können Kann er jetzt? Ja, gut Pups der? Nee Okay, der schießt hinten Forschung abgeschlossen Ich dachte schon, was schießt da hinten, muss ich alles raus Aber das ist in Ordnung Oh oh Planetenentwicklung abgeschlossen Pindarus Pindarus War das hier? Nee Nein Oh, da hinten, okay Der Rote ist sehr mächtig Der Lilane Da stirbt ein Titan Das ist böse Schade Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung Welch ein Desaster Ich muss das recht klug machen Leider bin ich so auseinandergepflückt Hier mit da und hier und so Das ist nicht gut Das ist nicht gut Aber okay Der Orangene müsste jetzt sterben Bald Obwohl Muss mal sehen Alliierte Verstärkung ist eingetroffen Weitere Forschung nötig Weitere Forschung nötig Aha Ja, mal schauen Geld, Geld, Geld Okay Ich werde halt wirklich bloß die Sternbasen ausbauen Und gut Ja, das war klar Der Rote wird sehr stark Das ist ein Problem Forschung abgeschlossen Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein Alliierte Verstärkung ist eingetroffen Das dürfte nicht so viel ausmachen hier Feindliche Truppen sind eingetroffen Solange der nur mit so ein paar Korvetten kommt, ist das egal Nicht ausreichende Metalle Nicht ausreichende Metalle Na komm Nicht ausreichende Metalle Nicht ausreichende Metalle Na komm Wenn der jetzt wirklich angreift wird es aber schwierig Dann vielleicht doch lieber die strukturelle Integrität hochschrauben Ich kann ja hier mal alles außer den Titanen nach unten schicken Ich glaube das macht Sinn Und hier muss ich halt jetzt schnell durchhalten Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhört Ich glaube das verliere ich doch noch Eine verbündete Flotte ist eingetroffen Naja das sollten sie ja nicht schaffen Aber man weiß es nie Sicher ist sicher Lieber den Kram hochschrauben Hab ich mehr von Alliierte Verstärkung ist eingetroffen Fahren sie fort Ihre Befehle So Es wird Es wird langsam Ganz langsam Nur hier wird es böse Ja der hat da halt wirklich eine Titan Titan Hat der noch einen Titan Feindliche Truppen sind eingetroffen Sehe ich nicht Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung Sieht nicht so aus als hätte er einen Titan Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt Wir haben schon ein Kitzel im Abflugsfinger Wir brauchen ein Ziel Ja guckt wie sie Schaden nimmt Gut dass ich da Ausbau und Truppen hingeschickt habe Es wäre böse gelaufen Aber oh ne Der Rote holt sich hier zu viel Kraus Und der Türkise flieht der verliert hier halt Die Sternbasis ist sehr stark Aber ob das reicht Ich glaube es nicht Ich glaube ich helfe jetzt hier unten im Roten Sobald ich das hier abgewehrt habe Was sehr schnell sein sollte Wir haben schon ein Kitzel im Abflugsfinger Wir brauchen ein Ziel Oh oh der haut Fahren Sie fort Der kommt hier Übermittlung empfangen Dann kriege ich den Planet noch nicht Wenn der Lilane sich hier so stark macht Böse Sehr böse Eintritt in den Phasenraum Schwierig Irgendwie muss es aber gehen Wir müssen die halt zurückschlagen Läuft nur leider nicht so gut Alliierte Verstärkung ist eingetroffen Feindliche Truppen sind eingetroffen Komsat hat Feinde im Anflug erfasst Ja da kommen sie Wer braucht Luftunterstützung Wo ist das Ziel Bereit loszuschlagen Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen So Den vernichten Das wird jetzt halt die Schlacht Hört mal her ihr Fliegerasse Die wird wichtig Sie wählen aus Ich mach den Rest Bereit loszuschlagen Bereit loszuschlagen Ich bin ihr schlimmster Antaus Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen Der Titan muss weg Komsat hat Feinde im Anflug erfasst Weg mit dem Titanen So überladen Und dann Distanzschiff Boom Sollte ja ordentlich Schaden machen Wir werden jeden einzelnen von ihnen vernichten Und nochmal Das müssen sie uns nicht zweimal sagen Aber den Titanen will ich weghauen Ich bin ihr schlimmster Antausch Feindliche Truppen sind eingetroffen Komsat hat Feinde im Anflug erfasst Sie wählen aus Ich mach den Rest Mal gucken Ob das so läuft Wie ich mir das wünsche Wer braucht Luftunterstützung Ihr habt den Commander gehört Oh man Hey yo Und vielen Dank fürs Anschauen des Videos Wenn ihr mich unterstützen wollt Klickt einfach auf den Daumenrauf Button Habt ihr irgendwelche Wünsche Feedback oder Vorschläge Lasst es mich in den Kommentaren wissen Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren Um kein Video mehr zu verpassen Ich wünsche euch einen wunderschönen Und stressfreien Tag Macht's gut Und tiếp track mit dir Und stein los Undremang